Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Mehrheitstext. Was ist der Mehrheitstext? Ist das der originale Text? Was sind die Argumente dafür, die Argumente dagegen? Bleibt bitte bis zum Ende dran. Im Christentum gibt es Meinungsverschiedenheit darüber, wie man den originalen Text des Neuen Testaments rekonstruieren kann. Es gibt die sogenannte eklektische Methode, und da ist die Anzahl der Manuskripte völlig irrelevant. Die Manuskripte werden dort gewogen und nicht gezählt. Die andere Meinung sagt, wir gehen nach der Mehrheit. Der originale Text des Neuen Testaments befindet sich in der Mehrheit der Manuskripte. Und ja, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Was ist der Mehrheitstext? Wie der Name schon sagt, das ist die Mehrheit der Manuskripte. Wir haben vom Neuen Testament ungefähr 5.500 Manuskripte plus minus. Darüber haben wir ein Video gemacht. Das findet ihr in der Videobeschreibung. Die Wahrheit über die Bibelmanuskripte, die du nicht kennst. Jeder sollte sich das unbedingt angeguckt haben. Und bevor wir über den Mehrheitstext sprechen, möchte ich erstmal eine Einleitung machen. Es gibt ungefähr 5.500 griechische Manuskripte vom Neuen Testament, aber diese Manuskripte sind nicht alle gleich. Die Textkritiker unterscheiden zwischen diesen Manuskripten. Sie haben diese Manuskripte in vier Texttypen geteilt. Der sogenannte alexandrinische Texttyp, der westliche Texttyp, der kaiserinische Texttyp und der pyzantinische Texttyp. Und ja, der vierte Texttyp, der sogenannte pyzantinische Texttyp, ist der Mehrheitstext. Ja, also wenn wir von dem Mehrheitstext sprechen, dann meinen wir den pyzantinischen Texttyp. Die meisten Manuskripte, die wir haben, sind pyzantinisch. Sie gehören zu dem pyzantinischen Texttyp. Ungefähr 80 oder 90 Prozent der Manuskripte, die wir haben, sind pyzantinische Texte. Und ja, der alexandrinische Texttyp, bezogen auf die Stadt Alexandria in Ägypten, es gibt viele Papyri, alte Papyri, die sind alexandrinische Manuskripte oder Codex Sinaitikos oder Codex Vaticanus. Das sind alles alexandrinische Manuskripte. Und andere Manuskripte, wie zum Beispiel Codex Visai bzw. Codex Dei, das gehört zu dem westlichen Texttyp. Aber über den westlichen und über den kaiserinischen Texttyp wollen wir heute nicht sprechen, denn sie sind wirklich eine kleine Minderheit. Wir wollen heute über den alexandrinischen Text und über den pyzantinischen Text sprechen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Wie gesagt, der pyzantinische Text ist die Mehrheit der Manuskripte. Ungefähr 90 Prozent der Manuskripte, die wir heute haben, sind pyzantinisch. Die alexandrinischen Manuskripte sind älter. Und da gibt es Meinungsverschiedenheit, welcher Texttyp der richtige Text ist. Textkritische Ausgaben, wie zum Beispiel Nestle Alland oder Westcott und Hort, sie gehen zu den alexandrinischen Manuskripten. Und der pyzantinische Text ist aus der Sicht von den modernen Textkritikern ein verfälschter Text. Und was genau der Unterschied zwischen den beiden ist, sagen uns die Textkritiker, zum Beispiel Bruce Metzger in seinem Buch, A Textual Commentary on the Greek New Testament. Er sagt, der alexandrinische Text gilt in der Regel als der beste Text und als derjenige, der am getreuesten das Original bewahrt. Der alexandrinische Text ist wirklich der beste Texttyp in der Textkritik. Laut Bruce Metzger, der pyzantinische Text zeichnet sich vor allem durch Klarheit und Vollständigkeit aus. Die Schreiber dieses Textes waren bestrebt, sprachliche Ungenauigkeiten zu beseitigen, zwei oder mehr unterschiedliche Lesarten zu einer einzigen erweiterten Leseart zu kombinieren. Und das nennt sich in der Textkritik Conflation. Und unterschiedliche parallele Textstellen zu harmonisieren. Also, man muss sagen, in dieser Hinsicht ist der pyzantinische Text besser als der alexandrinische Text. Der pyzantinische Text ist schöner und stilistisch besser als der alexandrinische Text. Der alexandrinische Text hat so viele Diskrepanzen, so viele Fehler. Aber selbst wenn das der Fall ist, ist das immer noch nicht der originale Text, Leute. Wenn ich heute ein Buch schreibe, dessen Text Fehler hat und Widersprüche, dann kommen Kopisten nach mir und bearbeiten meinen Text. Sie verbessern meinen Text, wirklich, sie machen ihn schöner und stilistisch besser. Es mag sein, dass sie gute Absichten haben, aber das ist nicht der Text, was ich geschrieben habe. Das ist nicht der originale Text. Der pyzantinische Text, egal wie schön das ist, das bleibt ein verfälschter Text. Und genauso ist das im Fall des pyzantinischen Textes, Leute. Der pyzantinische Text, egal wie schön der ist, der ist ein verfälschter Text. Westcott und Hort, zwei große Textkritiker, die haben eine textkritische Ausgabe gemacht, wie Nestle Alland, nur etwas älter aus dem 19. Jahrhundert, ist das. Sie sagen, der syrische Text, beziehungsweise der pyzantinische, der hat ja andere Namen, der wird manchmal der syrische Text genannt oder der antiochische Text, der hat andere Namen. Der syrische Text erweckt den Eindruck, als sei er ein sorgfältiger Versuch, das Chaos der konkurrierenden Texte durch eine kluge Auswahl aus ihnen allen zu überwinden. Der pyzantinische Text ist, wie gesagt, ein verfälschter Text, egal wie schön der ist. Der alexandrinische Text hat übrigens ältere Manuskripte als der pyzantinische. Wir kommen gleich dazu. In der Textkritik ist der alexandrinische Text wirklich besser als der pyzantinische. Und ja, es gibt natürlich auch Ausgaben von dem Mehrheitstext, wie zum Beispiel Hodges fastet. Das ist ein griechisches Neues Testament, wirklich nur von dem Mehrheitstext. Das sieht so aus und nicht umsonst habe ich hier diese Seite gezeigt. Das ist eine Seite von 1. Johannes, Kapitel 5. Ich habe Vers 7 markiert, um zu zeigen, dass der Komajohaneum nicht im Mehrheitstext ist. Und das ist so interessant, Leute. Der pyzantinische Text ist die Grundlage vom Textus Rezeptus. Trotzdem finden wir den Komajohaneum nicht im Mehrheitstext. Da ist kein Komajohaneum zu finden. Und ja, die erste Ausgabe davon erschien in den 80ern. Später gab es eine andere Ausgabe im Jahr 1991. Und zwar die Robinson-Pierpont-Ausgabe von Maurice Robinson und William Pierpont. Das hier ist natürlich eine spätere Ausgabe. Auch hier habe ich nicht umsonst eine Seite von 1. Johannes, Kapitel 5 gezeigt. Da ist nicht der Trinitätsvers zu finden in dem Mehrheitstext. Da ist kein Komajohaneum. Da steht, drei sind es die Bezeugen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei stimmen überein. Also, obwohl der Mehrheitstext die Grundlage vom Textus Rezeptus ist, finden wir trotzdem kein Komajohaneum. Was wir noch über den Mehrheitstext wissen müssen, ist, dass 80 bis 90 Prozent der bekannten Manuskripte gehören zu dem pyzantinischen Texttyp. Das ist das, was Michael Holmes sagt. Zwei Sachen müssen wir noch wissen. Daniel Welles sagt, der Mehrheitstext unterscheidet sich vom Textus Rezeptus an fast 2000 Stellen. Obwohl der Mehrheitstext die Grundlage vom Textus Rezeptus ist, gibt es da Unterschiede. Wie zum Beispiel der Komajohaneum. Und Daniel Welles sagt auch, aber der Mehrheitstext unterscheidet sich vom modernen, kritischen Text an etwa 6500 Stellen. Und diese Unterschiede sind natürlich relevant. Die können wir irgendwann zeigen. Die werden wir auch, inshallah, in der Zukunft zeigen. Und ich weiß noch, wir hatten mal einen Christ, ja, einen Gast bei Kalima TV, der zu Harun gesagt hat, hey Harun, beschäftige dich mal mit Textus Rezeptus und mit Nestle Alland. So, und deswegen habe ich dir gesagt, befass dich bitte mit Nestle Alland und Textus Rezeptus. Hast du bis heute nicht gemacht. Es gibt natürlich große Unterschiede zwischen Nestle Alland und Textus Rezeptus. Der Unterschied ist wie Himmel und Erde. Du kannst nicht an beide Texte glauben. Entweder glaubst du an den Nestle Alland Text oder an Textus Rezeptus. Nestle Alland geht natürlich zu alexandrinischen Manuskripten, ja, wirklich zu den Älsten, zu den Papyri, zu Codex Hinaikos, Codex Vatikanos und die anderen. Und der Textus Rezeptus ist ein verfälschter Text. Darüber gibt es einen Konsens heute von den Textkritikern, dass der Textus Rezeptus nicht der originale Text ist. Und der Bruder Harun hat auch einen Stream gemacht mit zwei Christen, mit Danny und Alex, warum der Textus Rezeptus falsch ist. Aber Fakt ist, wenn wir den Mehrheitstext widerlegen, dann ist der Textus Rezeptus automatisch widerlegt. Denn der Textus Rezeptus ist wie gesagt eine bearbeitete Version von Mehrheitstext. Aber was die Unterschiede zwischen Nestle Alland und Textus Rezeptus ist, eine kurze Antwort an Antonio. Nestle Alland zum Beispiel klassifiziert die Geschichte der Ehebrecherin als unauthentisch oder der Schluss von Markus. Der Vers in Lukas 23, 34, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist auch eine frühe Hinzufügung laut Nestle Alland. Also es gibt wirklich viele Unterschiede, wie gesagt, die werden wir auch irgendwann, inshallah, zeigen. David Everett zum Beispiel sagt, alle Manuskripte und Übersetzungen des alexandrinischen Texttyps beenden das Markus Evangelium bei Kapitel 16, Vers 8. Sie alle lassen die Geschichte der Ehebrecherin aus Johannes 8 weg. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es heute Christen gibt, die mit Textkritik nichts anfangen können. Sie ignorieren die alexandrinischen Texte, sie folgen die Mehrheit, weil die Geschichte der Ehebrecherin in den alexandrinischen Manuskripten nicht vorhanden ist. Viele Christen lieben diese Geschichte, deswegen neigen sie zu dem byzantinischen Texttyp. Weitere Unterschiede zwischen dem byzantinischen Text und Nestle Alland, wie es zum Beispiel 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Da heißt es, wahrhaftig, das Geheimnis unseres Glaubens ist groß, er wurde offenbart im Fleisch. In Nestle Alland steht Hoss, das heißt er bzw. derjenige, der in Fleisch erschienen ist. Und die Leseart von Nestle Alland ist natürlich von alexandrinischen Manuskripten entnommen, wie zum Beispiel von Codex Sinaitikos oder von Codex Alexandrinos. Sie haben diese Leseart von diesen Manuskripten. Aber im byzantinischen Text steht was anderes. Da steht nicht Hoss, sondern Theos. Ja, Theos, ephanerothi, ensarki. Das heißt Gott erschienen in Fleisch. Da ist ein großer Unterschied, ob da steht er erschienen in Fleisch oder Gott erschienen in Fleisch. Und schaut mal Leute, man hat nur zwei Buchstaben hinzugefügt. Schaut euch diesen Unterschied mal an. Theos oder Hoss. Man hat nur zwei Buchstaben hinzugefügt, nämlich Theta und Y. Und schon hast du eine ganz andere Bedeutung. Das wäre so ein Beispiel. Es gibt, wie gesagt, viele andere Unterschiede. Und ja, jetzt müssen wir uns aber mit den Argumenten der Mehrheitstextler beschäftigen. Wir haben gesagt, der byzantinische Text bzw. der Mehrheitstext ist nicht der originale Text. Egal wie gut und schön dieser Text ist, das ist niemals der originale Text. Warum gibt es immer noch Christen, die daran glauben wollen? Die Mehrheitstextler haben natürlich ihre Argumente. Ein Argument davon ist zum Beispiel, dass Gott den Text der Bibel bewahrt hat. Und es ist unmöglich, dass der originale Text in der Minderheit der Manuskripte bleibt. Das ist übrigens ein Glaubensbekenntnis bei den Christen, gerade auch bei Protestanten. Wie zum Beispiel das Glaubensbekenntnis von Westminster. Da heißt es, das Alte Testament in Hebräisch, das von Alters her die eigene Sprache des Volkes Gottes war. Und das Neue Testament in Griechisch, das zur Zeit seiner Abfassung den Völkern allgemein bekannt war, sind ursprünglich, weil sie von Gott unmittelbar eingegeben und durch seine besondere Fürsorge und Vorsehung zu allen Zeiten unverfälscht bewahrt sind. So dass sich die Kirche in allen Glaubensstreitigkeiten letztlich auf sie berufen soll. Ja, und die Widerlegung davon ist ganz einfach, auch von gläubigen Christen. Der Mehrheitstext hat nichts damit zu tun, ob man konservativ sein muss oder liberal. Hier zum Beispiel Daniel Wallace selbst, ein gläubiger Christ, der gegen Bart Ehrmann debattiert hat. Und er hat Bücher gegen Bart Ehrmann geschrieben, um ihn zu widerlegen. Er glaubt nicht, dass die Bibel verfälscht ist. Er verteidigt die Bibel immer. Er selbst widerlegt den Mehrheitstext. Er hat einen Artikel geschrieben, ungefähr 30 Seiten, das könnt ihr auch im Internet finden. Und zwar The Majority Text, Theory, History, Methods and Kriti. Und er selbst widerlegt dieses Argument, dass die Bibel bewahrt wurde. Er sagt, es ist nachweisbar, dass der Text des Alten Testaments nicht die Kriterien der Bewahrung durch die Mehrheit erfüllt und an einigen Stellen sogar überhaupt nicht bewahrt werden kann. Eine Reihe von Lesarten, die nur in Übersetzungen vorkommen oder nur in einem oder zwei frühen Qumran-Manuskripten zu finden sind, haben einen unbestreitbaren Anspruch auf Authentizität gegenüber der fehlerhaften Mehrheit. Darüber hinaus sind an vielen Stellen alle erhaltenen Textzeugen so verfälscht, sodass eine mutmaßliche Korrektur vorgenommen werden muss. Ja, er bestätigt hier die Verfälschung. Und die mutmaßliche Korrektur habe ich in einem anderen, ich glaube letztes Jahr erwähnt. Das ist, wenn deine Textzeugen alle verfälscht sind, entweder geht man zu den Übersetzungen. Wenn die Übersetzung auch verfälscht ist, dann denkt man sich was aus, Leute. Außerdem gab es eine Zeit bei den Israeliten, wo es keine Schrift mehr erhalten geblieben ist. Also die Mehrheit ist völlig irrelevant. Wenn man nach der Mehrheit gehen will, warum geht man nicht nach der heutigen Mehrheit? Die meisten Übersetzungen heute sind Übersetzungen von modernen textkritischen Ausgaben, von Nestle Alland oder von Greek New Testament, GNT. Niemand von den Textkritikern nimmt den Mehrheitstext mehr ernst. Das hat Harry Stotz erwähnt in seinem Buch Der byzantinische Texttyp. Er sagt, unter den modernen Gelehrten des Neuen Testaments herrscht fast ein Konsens darüber, dass der byzantinische Text für die Wiederherstellung des ursprünglichen Textes praktisch nutzlos ist. Die Textkritiker nehmen diesen Text nicht mehr ernst. Und das ist so ein starker Beweis. Es gibt heute ein Konsens oder fast ein Konsens darüber. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, wann ist diese Mehrheit entstanden? Kommt diese Mehrheit aus den ersten 200 Jahren? Oder seit wann gibt es denn diese Mehrheit? Daniel Welles sagt, der byzantinische Text wurde erst im 9. Jahrhundert zur Mehrheit. Erst im 9. Jahrhundert. Daniel Welles zeigt uns hier so eine Darstellung, Verteilung der griechischen Manuskripte nach Jahrhundert und Texttyp. Aus dem 1. Jahrhundert haben wir natürlich keine Manuskripte, keine Textzeugen. Man beginnt immer ab dem 2. Jahrhundert. Dort haben wir die ersten Manuskripte des alexandrinischen Texttyps. Im 3. Jahrhundert wird es plötzlich mehr. Im 4. Jahrhundert wird es weniger. Im 5. Jahrhundert wird es noch weniger. Und erst im 5. Jahrhundert sehen wir hier die erste Erscheinung des byzantinischen Texttyps. Im 6. Jahrhundert wird es mehr. Dann wieder weniger im 7. und im 8. Jahrhundert. Und erst im 9. Jahrhundert wird dieser Text zur Mehrheit. Und wir haben schon in einem anderen Video erwähnt, dass 90% der Manuskripte des 9. Testaments sind aus der Zeit nach dem 9. Jahrhundert. Also die 5.500 Manuskripte, die immer wieder erwähnt werden. 94% sind nach dem 8. Jahrhundert, nach dem Islam. Also erst im 9. Jahrhundert hat man angefangen, den byzantinischen Text in Massen zu kopieren. Und vorher war dieser Text nicht in der Mehrheit. Das war ein ganz normaler Text. Und wir müssen auch schauen, welchen Texttyp die Kirchenväter hatten. Hatten sie den byzantinischen Texttyp? Natürlich nicht. Bruce Metzger hat es erwähnt, was den westlichen Texttyp angeht. It was used by Markion. Ja gut, Markion ist ein Heretiker. Es wurde verwendet von Tatian, Irenaeus, Tartulian und Kübrian. Beim alexandrinischen Texttyp. Bruce Metzger sagt, Clemens von Alexandria und Eurigenes. Warum hatten diese Väter nicht den byzantinischen Texttyp? Daniel Welles sagt, alle äußeren Beweise deuten darauf hin, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass der byzantinische Text in den ersten 300 Jahrhunderten existierte. Er ist weder in den erhaltenen griechischen Manuskripten, noch in den frühen Übersetzungen und auch nicht bei den frühen Kirchenvätern zu finden. Und selbst wenn, selbst wenn die, wenn alle Kirchenväter den byzantinischen Text haben, wir haben schon über Probleme der Kirchenväter gesprochen und Daniel Welles hat auch dieses Problem angesprochen. Er sagt, die Textkritiker schenken den Kirchenvätern jedoch in der Regel kein großes Interesse. Dafür gibt es mehrere Gründe, von denen einige im Folgenden genannt werden. Erstens, wenn ein Kirchenvater aus dem Neuen Testament zitiert, ist es nicht immer möglich zu erkennen, ob er aus dem Gedächtnis zitiert oder ein Manuskript vor sich hat. Zweitens sagt er selten, aus welchem Buch er zitiert. Ja, er gibt keine Quellen an. Er könnte sagen, es steht geschrieben oder Paulus sagt oder der Herr sagt. Drittens, und das ist ganz wichtig, Leute, keines der originalen Schriften der Kirchenväter ist erhalten. Fast alle Kopien dieser frühen Kirchenväter stammen aus dem Mittelalter. Mit anderen Worten, es muss eine Textkritik an den Kirchenvätern durchgeführt werden, um zu sehen, wie sie den Text des Neuen Testaments bezeugen. Das ist wirklich wie Faust aufs Auge, Leute. Und er sagt auch, dieses Problem ist deshalb von Bedeutung, weil der byzantinische Text nach dem 9. Jahrhundert der Mehrheitstext war. Und praktisch, alle Kopien der Kirchenväter stammen aus dem 9. Jahrhundert oder später. Wenn ein Schreiber oder ein Kopist den Text des Neuen Testaments, der von einem Kirchenvater zitiert wird, abschrieb, würde er diesen Text natürlich an den Text anpassen, mit dem er vertraut war. Wir müssen wirklich diese Meinungsverschiedenheit verstehen, Leute. Wenn ich heute mit einem Christ diskutiere, der an den byzantinischen Text glaubt, dann hat er ein großes Problem. Was sind die frühesten Manuskripte des byzantinischen Texttyps? Das hat er nicht. Wenn er frühe Manuskripte zeigt, er lehnt diese Manuskripte ab. Das sind aus seiner Sicht verfälschte Manuskripte. Ja, die frühen Manuskripte, insbesondere Codex Heneitikos und Codex Vatikanus, sind aus der Sicht der Mehrheitstextler verfälschte Manuskripte. Die Mehrheitstextler haben keine frühe Manuskripte. Und genauso ist das bei den Christen, die dem alexandrinischen Text folgen. Sie haben nicht 5.500 Manuskripte, weil die meisten davon sind byzantinisch, also verfälschte Manuskripte. Es kommt wirklich darauf an, mit wem ich diskutiere. Und Daniel Wallace hat auch einen starken Punkt erwähnt, und zwar, beziehungsweise er zitiert Michael Holmes, wo er sagt, der lange Markus-Schluss findet sich heute in einer großen Mehrheit der griechischen Manuskripte. Doch nach Hieronymus heißt es, nur in wenigen Kopien des Evangeliums anzutreffen. Fast alle griechischen Handschriften enthalten diesen Abschnitt nicht. Also das war's, Leute. Die Thematik ist beendet. Wenn man nach der Mehrheit geht, in der Zeit von Hieronymus war der Schluss von Markus in der Minderheit, aber heute, beziehungsweise nach dem 9. Jahrhundert, war das dann in der Mehrheit. Genauso ist das bei Matthäus 5, Vers 22, das hat auch Hieronymus erwähnt. Die meisten der alten Kopien enthalten die Worte ohne Grund. Die Worte waren früher in der Minderheit, aber heute, beziehungsweise nach dem 9. Jahrhundert, sind sie in der Mehrheit. Es gibt wirklich so viele Beispiele und das ist das, was Daniel Welles sagt. Das Prinzip, der ändert sich von Jahrhundert zu Jahrhundert. Und übrigens, ich habe mir den Vortrag von Roger Libby angeguckt über den Mehrheitstext und ich muss sagen, ich war so geschockt, was für Argumente er gebracht hat. Er hat immer wieder versucht, zu zeigen, dass der alexandrinische Text verfälscht ist und das tun generell Mehrheitstextler. Aber das ist kein Argument. Selbst wenn alle alexandrinische Manuskripte verfälscht sind, heißt es nicht, dass der Mehrheitstext der richtige Text ist. Ich weiß wirklich nicht, warum Christen das immer bei Werken tun. Wir sehen das zum Beispiel bei Missionaren. Sie versuchen immer wieder zu zeigen, dass der Koran verfälscht wurde, damit man auf eine Ebene kommt. Und das ist ein Tuko-Kuehfeld-Schluss. Genau das tun Mehrheitstexter. Sie kritisieren den alexandrinischen Text. Und ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit. Ich muss den alexandrinischen Text nicht verteidigen. Ich habe sowieso eine andere Perspektive. Man muss einfach zugeben, dass die Bibel verfälscht wurde. Und er hat auch ein Argument gebracht, und zwar, wenn ein altes Manuskript erhalten geblieben ist, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass dieses Manuskript falsch ist. Bitte hört euch das mal an. Also als ich das gehört habe, wusste ich wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Also bei der Bibel kann man das sehr gut zeigen. Nun, wenn eine sehr alte Handschrift erhalten geblieben ist bis heute, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sie schlecht war. Und das ist nämlich interessant. Man hat ja noch mehr Papyrie gefunden. Und auch diejenigen aus der Zeit nach 400 nach Christus, die späteren Papyrie, die sind auch alexandrinisch. Ja, warum sind die erhalten geblieben? Offensichtlich haben wir gesagt, das sind schlechte Handschriften. Die hat man offensichtlich darum auch nicht so gebraucht. Darum sind sie erhalten geblieben. Und jetzt versteht man auch, warum die Urtextschriften verloren gegangen sind. Denn die musste man dauernd brauchen, um wieder zu korrigieren. Das Korrektiv, das waren die begehrtesten Schriften. Und die gingen verloren. Und Gott hat damit auch eine Absicht gehabt. Denn hätten wir die heute noch, das wären Wallfahrtsorte, für Götzendienst. Dazu sage ich lieber nichts. Ich überlasse das den Zuschauern. Und ja, ich hoffe, man kann von diesem Video profitieren. Teilt gerne dieses Video mit den Mehrheitstexlern. Vielen Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Was-Salaamu'alaikum. Was-Salaamu'alaikum.